Die Computerspielschule Hamburg ist ein Kooperationsprojekt der Initiative Creative Gaming, der Bücherhallen Hamburg, der Universität Hamburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und die Idee ist es, einen Begegnungsort zu schaffen, eine Plattform für Erwachsene und Jugendliche, um gemeinsam digitale Spielewelten zu entdecken. Man kann einmal in der Woche vorbeikommen. Das ist ein offenes Angebot für Jugendliche ab 13 und für ihre Eltern. Man kann gemeinsam spielen, man kann gemeinsam über Spiele reden und auch mit Computerspielen einfach neue kreative Sachen ausprobieren. Die Computerspielschule in Hamburg ist die dritte Computerspielschule in Deutschland, neben Greifswald und Leipzig. Und unser Schwerpunkt ist es sozusagen tatsächlich, das kreative Computerspielen noch mehr zu fördern, also nicht nur zu spielen und neue Spielewelten zu entdecken, sondern selbst kreativ zu werden, einen eigenen Film zu drehen mit Computerspielen oder vielleicht ein Let's Play Video aufzunehmen. Das heißt, neue Praktiken kennenzulernen, die über das eigentliche Spielen hinausgehen. Die Computerspielschule ist hier bei der Play im digitalen Spielplatz für Familien eingebunden. Das heißt, es gibt verschiedene Spielstationen, an denen man diverse Spiele ausprobieren kann. Die Eltern können sich Informationen holen über den Umgang mit Computerspielen und die Jugendlichen können gemeinsam neue Spiele entdecken, ausprobieren und unseren Skilltree durchlaufen. Das heißt, sie haben verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu sammeln und am Ende eine kleine Belohnung dafür zu bekommen, wenn sie alle Level durchlaufend sind. Im Moment Im Moment Im Moment Untertitelung des ZDF, 2020